Guten Tag aus dem wunderschönen Landkreis Offenbach. Mein Name ist Uwe Alten. Ich führe ein weiteres Interview in der Business Spotlight-Reihe. Heute mit Robert Hansmann, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Upstairs. Robert, ich freue mich sehr, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen und viel mehr über Upstairs auch zu erfahren, wo ihr hingegangen seid über die vielen Jahre, die du jetzt als Unternehmen schon hast. Und vielleicht erzählst du am Anfang so ein bisschen erstmal ein wenig nochmal über dich und was sich so hinter Upstairs verbirgt. Ja, hallo Uwe. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen Talk heute, zu dem ich mich hier in meinen kühlen Keller zurückgezogen habe. Ich habe gerade gemerkt, wir sind noch gar nicht so weit voneinander entfernt. Und trotzdem haben wir uns so lange nicht mehr gesehen. Hier in den Seligenstadt gibt es definitiv das beste Eis im Süden von Frankfurt. Einladung angenommen. Ja, die größte Portion geht auf deinen Platz, auf meine Rechnung. Ja, wir sind hier in Seligenstadt seit mittlerweile 27 Jahren als kleine Incentive- und Eventagentur. Wir haben uns hierher verflüchtigt, weil uns die Nähe zu Frankfurt immer ganz gut gefallen hat. Und die ist auch sehr, sehr wichtig. Aber die vielen Negativpunkte, die eine Großstadt mit sich bringt, die fanden wir damals, als wir gegründet haben, nicht so gut. Und deswegen sind wir relativ schnell an einen der schönsten Plätze, nämlich nach Seligenstadt gegangen. Wir sind in einer Viertelstunde am Flughafen, in 20 Minuten in der City. Also sind immer sehr kundennah. Und von hier aus betreuen wir viele Kunden nicht ausschließlich im Rhein-Main-Gebiet, sondern im Prinzip in der ganzen Republik mit verschiedenen Kommunikationsdienstleistungen rund um das Thema Event. Da reden wir über Konferenzen, Incentives, Promotions, Konzeption und Realisation von Messeständen, Feierlichkeiten, jegliche Art Award-Verleihung, Firmenjubiläum. Das ist das, was wir gut können. Welche Rolle spielen denn heutzutage digitale oder hybride Events? Hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das ist die ultimative Rolle. Und ich hätte tatsächlich, Klammer auf Fehleinschätzung, gedacht, dass es wichtiger bleibt, digitale Events oder auch hybride Events zu realisieren. Learning aus der Zeit nach Corona ist allerdings, dass es, und es gibt unserem Geschäftsmodell auch ein Stück weit recht, kaum wichtigere Dinge gibt als Kommunikation auf Augenhöhe. Menschen, die sich gegenüberstehen und die wirklich miteinander reden können. Digitale Events war ein super Tool. Das war hervorragend. Ich weiß nicht, was wir getan hätten. Sei es wir als Branche oder die ganze Industrie in Deutschland, hätte es diese technischen Möglichkeiten nicht gegeben. Aber jetzt ist es gut, dass es vorbei ist. Es ist schön, dass man weiß, wie es geht. Es ist auch gut, dass man hier und da mal eine kleine Fokus-Zielgruppe auch virtuell mit reinnehmen kann, für die es vielleicht aus nachhaltigen Gründen keinen Sinn macht, für einzelne Vorträge oder für einen halben Tag rund um ein Event zu fliegen. Oder dass man auch tolle Speaker mal digital oder virtuell mit in ein Meeting reinholt. Aber die Idee des Events und des Zusammentreffens von Menschen ist für mich nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Geschäftsleben. Ja, dann fällt mir aber wirklich ein großer Stein vom Herzen. Weil ich bin ja mit Leib und Seele, habe ich das ja mal gestartet, das ganze Event-Thema deswegen zu sehen, dass Menschen wieder zusammenkommen. Und dass das dein Geschäft wieder nach vorne gebringt, oder so wie es früher halt mal war, das ist wirklich echt toll zu hören. Konzentriert ihr euch schon auf bestimmte Kundengruppen, also Industrien, oder ist das breit gestreut, für wen ihr arbeitet? Es ist tatsächlich breit gestreut. Ist auch ganz bewusst so gemacht, weil, Uwe, du weißt es, ich habe mal auch eine Zeit lang einen kleinen Abstand in die Finanzbranche gemacht, für die wir auch nach wie vor sehr viel arbeiten, als externer Dienstleister. Aber wir haben auch Kunden aus dem Bereich IT, Hardware, Software, aus der Gaming-Branche, aus der Lebensmittelbranche. Das ist ganz bunt gefächert. Der Vorteil ist, dass es einfach eine Risikostreuung hat. Hätten wir jetzt eine Bankenkrise, und die hatten wir ja schon einige Male in den vergangenen Jahrzehnten, hätten wir ein Problem. Würden wir nur für Automotive arbeiten, hätten wir in der dazugehörigen Krisen ein Problem gehabt. Und wären wir, das ist genauso auch mit den Produkten, die wir bedienen, wären wir ausschließlich auf Incentive-Reisen fokussiert, hätten wir ein Problem gehabt, als der, das ist jetzt nicht zum Mitschreiben, Vetner Jokül, glaube ich, der Vulkan auf Island, damals hochgegangen ist, wo einfach kein Flugreiseverkehr international mehr machbar war. Und so bringt jede Dekade ihre persönliche Krise mit ins Spiel. Jetzt im Moment haben wir noch zusätzlich das Thema Krieg in Europa. Kein lustiges, was aber auch viele Menschen vom Reisen abgehalten hat, lange Zeit. Was die Corona-Krise der ganzen Branche angetan hat, das ist inzwischen eine eigene Geschichte. Aber insofern ist es gut, dass wir diese Strategie immer verfolgt haben, sowohl was das Aufstellen der Kundenstruktur angeht, immer sehr divers zu sein, sehr vielfältig auch als was das Aufstellen eigentlich des Produktportfolios angeht. Wir sind auch immer sehr neugierig, wir gucken immer, wo es neue Dinge gibt. Also wir haben, ich habe es eben erwähnt, wir haben angefangen rein mit Incentive-Reisen. In der Zwischenzeit, das letzte große Ding sind verschiedene Projekte, die wir umgesetzt haben, wo wir mit KIs zusammenarbeiten oder wo wir das Thema KI nutzen, um auch wieder bei Events zu punkten, Kommunikation zu produzieren, Menschen niederschwellig in ein Thema reinzukriegen, von dem alle schon ganz viel gehört haben, aber von dem in der Regel keiner weiß, wie es funktioniert und wie man es auch nutzen kann. Auch Metaverse ist eines dieser Themen, das wir uns in den vergangenen Jahren herangetraut haben. Und so treiben wir eben mit diesen Tools, wir nehmen das und treiben da unsere Events mit voran. Ja, das klingt ja mega spannend. Das ist es auch. Das ist noch lange nicht vorbei. Ja, genau. Das wird wirklich ein Riesenthema werden. Da bin ich echt drauf gespannt. Nun weiß ich aus der Vergangenheit, dass B2B-Kundengewinnung eine Challenge ist. Wie machst du das? Es war schon immer eine Challenge. Es ist nicht leichter geworden. Wenn man schon eine Weile in dem Business ist, dann hat man natürlich ein großes Netzwerk. Und häufig kann man davon profitieren, dass einfach Kunden auch mal einen Job wechseln. Und wenn es dann gut läuft, nimmt der Kunde einen mit. Und wenn es richtig gut läuft, kann man bei dem Unternehmen, wo derjenige die Person vorher gearbeitet hat, weiterarbeiten. Und das ist eigentlich der Hauptkanal, auf dem wir arbeiten. Oder das eigentlich gar nicht aktiv bespielen, sondern tatsächlich, wir überzeugen durch unsere Arbeit, durch unser Netzwerk. Wir investieren so gut wie nichts in der Krise. Außer Standardportale, auf denen man einfach sichtbar sein muss. Aber sehr viel geben wir da nicht rein. Ich darf sagen, dass die Unternehmen, die uns anfragen, uns in der Regel auch kennen, uns schon sehr lange kennen. Und uns auch nicht anfragen, weil sie mal eine Agentur brauchen, sondern weil sie es entweder als Empfehlung bekommen haben, oder weil sie möglicherweise mal als Gast bei einem Event waren, wo sie sich dann erkundigt haben, wer hat das denn für euch gemacht? Kannst du da mal einen Kontakt herstellen? Und dann klingelt, wenn es gut läuft, das Telefon. Und dann ergibt sich daraus ein neues Business. Janios, es gibt nichts über Qualität in der Dienstleistung. 30 Jahre lang gepredigt, jede Mitarbeiter, und du lebst das vor mit deiner Mannschaft. Thema Nachhaltigkeit. Fand ich sehr spannend auf deiner Webseite. Das habt ihr ja sehr prominent dort dargestellt. Erklärt doch mal für die Zuhörer und Zuseher, was ihr damit macht. Ja, was meinen wir damit? Das, was ich heute sagen, ist morgen schon wieder nicht mehr ausreichend. Also was wir tun ist, dass wir, das haben wir auch schon vor vielen Jahren begonnen, das Thema ist also nicht ganz neu. Wir haben ein Nachhaltigkeitsteam in der Agentur, die sich darum kümmern, dass wir zum Beispiel, sei das jetzt in-house oder auch bei der Realisierung unserer Projekte, unsere Projekte möglichst sinnvoll arbeiten. Das heißt, dass wir zum Beispiel, wenn wir ein größeres Technik-Setup haben, sagen wir mal in Hamburg, und der Techniker, der den Pitch gewonnen hat, kommt aber möglicherweise aus dem Rhein-Main-Gebiet oder er kommt aus Berlin oder er kommt aus München, dass wir dann im Prinzip nur das Team dorthin schaffen, aber nicht die gesamte Lkw-Ladung mit Technik, die es in Hamburg genauso gibt. Weil wir dann einfach diesen ganzen Transport sparen, das spart am Ende auch Geld, geht nicht zulassen der Qualität, das ist immer ganz wichtig, dass wir es immer so aufbauen, dass der Kunde nie das Gefühl oder die Wahrnehmung hat, naja, es ist nicht so schön, aber dafür ist es halt nachhaltig. Das darf nie passieren, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke verknüpft wird mit einer abweichenden oder mit einer geringeren Qualität. Das ist das A und O dabei. Was wir auch nicht machen, wenn wir hier im Rhein-Main-Gebiet Projekte umsetzen, dann wird es dort kein Mineralwasser aus Italien oder aus Norwegen oder von den Fidschi-Inseln geben, weil wir hier auf den besten Mineralwässern der Welt sitzen, was die Qualität angeht. Deswegen bedienen wir uns einfach dieser Ressourcen, die wir hier haben. Und das machen wir im Prinzip überall so und schauen halt auch immer, dass wir die Dinge, die wir dann vor Ort verbauen, beispielsweise ein Messestand, dass wir halt in einem Kreislaufsystem arbeiten, dass wir nach Messeende nicht, jeder, der mal einen Messeabbau gesehen hat, weiß, wovon ich rede, Lkw an Lkw sehen, die nichts anderes zu tun haben, als Müll, Klammer auf, abgebaute Messestände zu entsorgen, sondern wir versuchen wirklich so viel wie möglich Dinge einzusetzen, die man danach einfach wieder verwenden kann. Das heißt, dass wir zum Beispiel keine Teppiche auf Rollen nimmt, die Einwegteppiche sind, die danach in die Müllverbrennung kommen, sondern wir nutzen, wo es irgendwo geht, Teppichplatten, die danach einfach sauber gemacht und wieder eingesetzt werden. Oder wir nutzen generell andere Fußbehörden, die man wieder nutzen kann. Wir versuchen, Bauteile aus der Industrie, aus der unsere Kunden kommen, dazu einen Messestand daraus zu bauen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ungelenk an, aber wenn Besucher dann auf den Stand kommen und sehen beispielsweise auf einer Druck- und Papiermesse den Stand eines großen Druckmaschinenherstellers, das ist leider ein Beispiel, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das darfst du gleich rausschneiden, dass der Stand aber aus genutzten Druckplatten gebaut wurde. Das ist für mich das Paradebeispiel einer sensationellen Idee, weil man Rohstoffe spart und die Besucher gehen auf die Messe und sagen, das ist ja euer Produkt, der ganze Messestand ist ja euer Produkt und das ist für mein Gefühl die Königsklasse eines Kreislaufsystems, wenn man nicht nur schafft, diese Bauteile wieder zu recyceln oder wieder zu verwenden, sondern damit auch noch einen positiven Impact beim Kunden zu generieren, die sagen, hey, das ist ja cool, ich gehe hier auf eine Druckmesse und die bauen ihren Messestand aus alten Druckplatten. Ohne, dass man das Gefühl hat, man ist auf dem Recyclinghof, das sieht also Picovelo aus, das kann man sehr schön machen und da gibt es viele, viele Dinge, die man einfach integrieren kann und das versuchen wir. Ja, das überhaupt anzuschieben und du musst ja auch nicht, jetzt ist ja toll, alles was einer macht, fangen andere hoffentlich mitzumachen und im Endeffekt ist dieses Thema Nachhaltigkeit ja eine gesellschaftliche Aufgabe, deswegen ist es ja die Industrie an sich, die ganze Eventindustrie darüber nachdenkt, wie kann man nachhaltiger denn da agieren, also das ist schon super. Was würdest du denn sagen, so nach 25 Jahren, was war so der größte Erfolg, den ihr mit Upstairs gehabt habt? Ich hätte jetzt gerne das Thema Nachhaltigkeit noch ein bisschen ausgeführt. Nee, Entschuldigung, bitte, wenn das wichtig ist, dir geht es darum, hier wichtige Dinge rüber zu finden, macht das bitte. Also es ist definitiv wichtig, also zum einen eben so, wie ich es gerade sagte, dass man versucht, auf einem ökologisch sinnvollen Pfad unterwegs zu sein, eben CO2-Einsparungen etc. Dazu gehört aber auch, dass man sozial handelt. Also das geht jetzt los mit einem Lieferkettengesetz, dass wir darauf schauen, dass wir, wenn wir Produkte einkaufen, in der Regel ist das bei Giveaways der Fall, dass wir einfach schauen, wo sie herkommen. Es gibt ein Lieferkettengesetz, das ist die Theorie, aber man kann trotzdem mal genauer hingucken, wo kommt denn jetzt zum Beispiel diese Wein, diese Kaffee, diese Nüßchentüte, das sind zwar häufig Kleinigkeiten, wo kommt das her? Ist das in irgendeiner Form sinnvoll? Ist das Fairtrade-Produkt, was man auch alles hinterher wieder positiv einsetzen kann? Wenn ich jemandem sage, du kriegst jetzt hier ein Giveaway, sei es groß oder klein, es ist ein Fairtrade-Produkt und du hilfst damit irgendwelchen Menschen auf der Welt. Das ist uns immer ein wichtiger Thema, wichtiges Thema und eben auch generell das Thema soziale Verantwortung. Wir zahlen schon seit jeher, glaube ich zumindest, das wurde noch häufig bestätigt, faire Gehälter. Wir schauen, dass wir mit unseren Dienstleistern, mit unseren Partnern immer sehr fair umgehen. Wenn es irgendwann darum geht, bei einem Messebau oder bei der Produktion, beim Aufbau, dass 16-Stunden-Geschichten gefahren werden, da bin ich der Erste, der dann da steht und sagt, hey Leute, so geht das nicht, das können wir nicht machen. Also es kann nicht sein, dass jemand 16 Stunden aufbaut und dann irgendwann vielleicht jemand beim Aufbau von einem Rigg runterfällt, weil er einfach komplett übermüdet ist. Das kann nicht sein. Und das ist auch in unserer Verantwortung, sowas im Fokus zu behalten, sich nicht nur drüber zu freuen, dass vielleicht irgendjemand das berühmte günstigste Einemort gemacht hat, weil er eben so arbeitet, sondern da einfach entgegenzuwirken. Also das ist ein wichtiger Punkt und den müssen wir, muss die ganze Branche ganz fest im Auge behalten, sonst werden wir nämlich bald keine Leute mehr haben, die in dieser Branche arbeiten wollen. Da kommen wir nämlich in den nächsten Bereich. Genau, kommen wir gleich wahrscheinlich noch dazu. Das will nämlich heute keiner mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Zum Glück. Das Gute ist aber, du sagst ja Qualität als eines eurer USPs, Nachhaltigkeit, das kann ja wunderbar verwoben werden. Also dass du dann wirklich dann dich noch weiter erweitern kannst, was tatsächlich der Kunde sagt, da kann ich sicher sein, ich kriege die Qualität, das ist nachhaltig in der Umsetzung. Also für mich als Auftraggeber ist es natürlich auch ein riesen Benefit, sowas zu machen und in solche Richtung zu denken. Also deswegen, das ist ein großes Kompliment, Hut ab, dass du so konsequent das Ganze durchziehst und ich kann nicht sagen, als jemand, der da groß geworden ist, auch in dieser Eventindustrie, deswegen, da sind viele Dinge, da klingelt es bei mir am Hinterkopf da nochmal. Kommen wir zu der einen Frage, was war denn jetzt der größte Erfolg, was würdest du denn sagen? Der größte Erfolg kann ich so eigentlich gar nicht rauspicken. Ich glaube, für mich ist das Projekt Upstairs eines, also neben meiner oder nach meiner Familie ist das der größte Erfolg meines Lebens. Als Gründer, als jemand, der ursprünglich gar nie vorhatte, Unternehmer zu werden, es dann irgendwann aus verschiedenen Gründen probiert hat und ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert. Und dann ein stetiges Wachstum, wir wurden nie gekauft, also wir sind seit dem ersten Tag an Inhaber geführt, komplett selbstständig, unabhängig und diese Konstanz ist, denke ich mal, das, worauf ich am meisten stolz, mit ein bisschen stolz zurückblicke und sage, ja, das hat gut funktioniert. Auch sagen kann, dass ich, oder wir in der Agentur als Team sehr viele Kunden teilweise über 20 Jahre betreuen. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich und auch, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sind natürlich nicht mehr alle da, die vor 27 Jahren mit mir angefangen haben, aber dass zu allen noch ein guter Draht besteht, dass man sich trifft, dass man ab und zu sich auch mal zusammenfindet in der Runde, dass auch da einfach das Verhältnis so gut ist. Einige sind auch immer mal wieder zurückgekommen. Das macht mich ein bisschen zufrieden in dem, was ich tue, ja. Da heißt, du bist auch stolz auf das, was du als Arbeitgeber geleistet hast. Vielleicht können wir mal kurz Richtung Mitarbeiter dann gehen. Was hast du als Arbeitgeber am meisten gelernt, seit du als Unternehmer tätig bist? Ich weiß nicht, wie lernt es. Also, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, reicht es nicht, als Unternehmen das zu tun, was alle tun, sondern man muss immer neugierig bleiben. Also, man sollte schauen, dass man immer irgendwelche Trends, ob man die immer prägen kann, das ist die eine Frage, aber vielleicht kann man sie zumindest früh genug erkennen und dann zum Stück weit mitgestalten, sodass auch Mitarbeiter immer das Gefühl kriegen, ich bin jetzt nicht in einem Unternehmen, die das machen, was alle machen oder die das machen, was sie schon immer gemacht haben, sondern wo entweder jemand ist, der immer guckt, wo geht die Reise hin, was ist das nächste große Ding, wie kann man einfach Kunden immer wieder positiv überraschen oder wo ich als Mitarbeiter auch selbst die Chance habe, solche Punkte zu positionieren. Und das ist halt auch für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir viel miteinander reden und wir tauchen uns wirklich regelmäßig aus, wenn irgendjemand von irgendwoher wiederkommt, dann gibt es ein Debriefing, dann gucken wir, was ist gut gelaufen, was hat man für Impulse mitgebracht und was kann man daraus machen. Gute Vorlage für die nächste Frage, denn dann würde ich mal auf Mitarbeiter eingehen. Welche Eigenschaften suchst du denn bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie förderst du ein positives und ein produktives Arbeitsumfeld? Was suche ich? Ich suche natürlich Menschen, die ein gewisses Maß an Fachkenntnissen haben. Das kommt darauf an, in welcher Hierarchie, ob das jetzt jemand ist, der vielleicht gerade von der Uni kommt oder jemand, der schon Erfahrung hat. Das ist immer so ein bisschen eine Frage des Gesamtpaketes, aber es sollten, sagen wir mal, der Hierarchie entsprechende Fachkenntnisse vorhanden sein, wobei das für mich nur ein kleiner Part ist. Also ich denke mal, dass jemand, der von seinem Wesen, von seiner Persönlichkeit her für diese Industrie geeignet ist, wenn dem jetzt irgendein Skill fehlt, wenn er bis dahin gekommen ist, dann wird er diesen Skill auch relativ schnell lernen, wenn er Bock hat auf diesen Job. Und für mich ist das nach wie vor eines der großartigsten Berufsbilder, die wir jetzt in Deutschland haben. Vielseitiger geht es kaum. Und die Menschen, die ich bisher kennengelernt habe in unserer Industrie, die sind doch alle bereit, sich Neues draufzuschaffen. wenn es darum geht, mit diesem Kern dann wieder irgendwas Großes zu reißen. Also so gesehen ist es die Persönlichkeit, die Aufgeschlossenheit, die Kommunikationsfreude, die Freude mit Menschen, für Menschen, was zu tun. Ja, so eine intrinsische Motivation ist ja in all den Geben, die da sind. Und wenn du was Neues einwirfst, dass alle draufspringen und sagen, boah, da habe ich jetzt Bock drauf, einfach mitzumachen. Ja, das ist schön zu hören, dass es die noch gibt und dass sie wirklich liebt haben und dass du auch darauf Wert legst, diese zu finden und mit denen tatsächlich was zu schaffen. Was würdest du denn sagen, was sind so die häufigsten Missverständnisse über die Führung eines Unternehmens? Diese Frage, aber die habe ich lange nachgedacht. Ich kann die nicht druckreif beantworten. Ich glaube, das sind allgemeine Vorurteile, ähnlich wie man vielleicht über die, wenn man über die Politik redet, wenn man dann sagt, die da oben in ihrem goldenen Käfig oder die Agenturmenschen in ihrem Elfenbeinturm, dass dieses Unternehmertum in Deutschland auf der einen Seite hochgejubelt wird, auf der anderen Seite auch immer gerne mal wieder mit Füßen getreten wird. Unternehmertum kommt halt von Unternehmen, das sind alles Menschen, die irgendwann mal einen mutigen Schritt gemacht haben, die, wenn es gut gelaufen ist, auch irgendwann mal angefangen haben, ihre zu expandieren, mehr Mitarbeiter zu haben, vielleicht ein größeres Unternehmen zu bauen, größerer Fuhrpark, vielleicht haben die auch irgendwann mal angefangen, Geld zu verdienen und das ist jetzt vielleicht kein Missverständnis, es ist aber einfach nicht fair, dann auf die zu zeigen, guck mal, die haben Geld. Vielleicht ist das ein Punkt, aber dieses Geld hat ja, ist denen ja nicht in den Schoß geflogen. Also es kommt vom Unternehmertum, also vom Machen, vom Führen, vom richtigen Entscheidungen treffen, sicherlich auch mal von falschen Entscheidungen, da geht es halt wieder mal ein bisschen zurück und Missverständnis wäre dann zu glauben, dass das alles von alleine passiert ist. Gut, du hast das super beantwortet. Genau, gut, ja. Man muss sich reinwerfen und zusehen, dass man das hinbekommt und darf sich von Rückschlägen nicht ermutigen lassen. Deswegen, welche Herausforderung siehst du denn jetzt für dich, für die Zukunft, für Upstairs? Die nächste Herausforderung ist ganz akut ein Thema, was wir gerade hatten, Fattkräftemangel. Also wir suchen seit, naja, sagen wir mal, seit zwei Monaten habe ich die Augen offen, seit circa zwei Wochen suche ich aktiv auf verschiedenen Portalen, habe das Netzwerk angezapft und es dreht sich nichts. Ich hatte jetzt zwei Telefonate, die beide gut waren, da muss man mal sehen, was dabei rauskommt, aber grundsätzlich ist, jetzt springe ich zurück zu dem Punkt, wir müssen unsere Menschen gut behandeln, unsere, sei es unsere Subunternehmer oder auch unsere eigenen Mitarbeiter, wir müssen die gut behandeln, sonst sind die alle weg. Weil die, die alle verschwunden sind, von denen keiner weiß, wo sie sind in der Corona-Zeit, die kommen alle nicht mehr wieder zurück in die Eventbranche, weil die alle irgendwo gelandet sind, wo sie möglicherweise einen Fünf-Tage-Job haben, wo sie mehr Urlaubstage haben, mehr Gehalt haben, mehr berufliche Altersversorgung etc. und die dazu zu begeistern, wieder zurückzukommen, in den, sagen wir mal, in diese Wildwest-Manier, die wir teilweise vorher hatten, mit 16-Stunden-Tagen, mit nicht vergüteten Überstunden etc., all diese Sachen, das wird schwierig. Und wenn wir, wenn wir Leute haben wollen, müssen wir sie gut behandeln, Klammer auf, gut bezahlen, das ist sicherlich der Entscheidungsprozess Nummer eins oder das Kriterium Nummer eins, danach kommen viele Sachen einfach, das geht für mich direkt in das Thema Team, niemand will für noch so viel Geld in einem Scheiß-Team arbeiten. Also da arbeiten wir in der Agentur seit vielen Jahren wirklich aktiv dran, also wir machen gemeinsam irgendwelche Events, wir gehen zu irgendwelchen Lauf-Events, wir kochen jeden Mittag in der Agentur, also wir haben eine richtige Küche, da wird eingekauft, einer oder zwei sind immer dran, die müssen oder dürfen kochen, es darf experimentiert werden, es schmeckt auch nicht immer alles, aber es ist jeden Mittag ein Happening, einfach in der Agenturküche zu sehen, gucken wir doch mal, was die beiden da jetzt zusammengekocht haben. Und dabei kommst du halt einfach mal aus dem Alltag raus, man redet über Privates und das ist halt einfach in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte. Dazu kommen flexible Arbeitszeitmodelle, eine Top-IT-Ausstattung, also einfach generell gute Arbeitsbedingungen. Also ich kann von jemandem erwarten, der mit einer miserablen Aufteilung unterwegs ist, dass er einen 1A-Job abliefert. Das ist einfach unrealistisch. Aber es zeigt doch, mit welcher Input, welcher Energie, mit was für einem Spaß du das jetzt schilderst und du hast ja auch gesagt, viele Mitarbeiter sind schon lange dabei, also sollten wir dieses Interview dann als Aufruf auch nutzen, dass junge Menschen sich überlegen, wenn sie ein Umfeld haben wollen, dass sie fordert, fördert, wie man so schön immer sagt, ja, dass sie einbindet, ja, wo sie einen Rahmen bekommen, in dem sie ihr Leben selbst gestalten können und trotzdem viel Spaß haben können, dann ist die Eventbranche wirklich weiterhin ein tolles Umfeld, ja, wo man unfassbar viel erleben kann. Ja, würde ich so beschreiben. Was du beschreibst und die Zeit rennt die blöd, also ich könnte jetzt noch schon mal weiter telefonieren, deswegen würde ich jetzt noch einmal kurz fragen, gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die ich dir hätte stellen sollen? Kalt erwischt, das ist eine Frage, die ich mir so spontan nichts ein hätte. Hättest mich jetzt konkret fragen müssen, können, ob ich das, wir haben uns ja kennengelernt, also vor über 30 Jahren haben wir uns kennengelernt, da war ich schon in der Branche, ich mache das heute noch, ich glaube, damit ist klar, dass mir das Spaß macht. Ich hoffe, das kam jetzt auch in dem Gespräch einigermaßen rüber, dass ich wirklich zu 100 Prozent dafür brenne und eigentlich suche ich Leute, die so ähnlich ticken. Das sucht die ganze Branche und wenn uns das gelingt, diese Branche auch wieder attraktiv zu machen, dann sage ich dieser Branche eine große Zukunft voraus. Das hätte ja sein können, jetzt als Abschluss würde ich sagen, es ist eine Branche, die hat Zukunft, weil du ja gesagt hast oder demonstriert hast und gezeigt hast und erlebt hast mit deinem Unternehmen, dass Menschen wieder mit Menschen zusammenkommen wollen, also dieser persönliche Kontakt wieder und nicht nur der reine digitale Kontakt, den wir alle über Social Kanäle hier haben mit Menschen, aber dieses persönliche Erlebnis ist ein Treiber für euer Business und alle Menschen, die dabei sein wollen, das erleben wollen, wenn Menschen Spaß und Freude haben, das können wir beide ja sagen, weil wir es beide ja erlebt haben, diese Freude in den Gesichtern der Menschen zu sehen, das Lachen zu sehen, das können Eventagenturen heutzutage immer noch hervorragend und wenn das Ganze dann zufrieden sich noch nachhaltig geht, dazu gehört, wie gesagt, das soziale Thema auch, da gehört die Bezahlung dazu, da gehört das ganze Umfeld dazu, dann hat das Zukunft, da bin ich auch überzeugt, man muss das Angebot wahrscheinlich gut formulieren und man muss es nach draußen bringen und deswegen ist es wirklich toll, also dass du dir Zeit genommen hast, darüber zu sprechen, mega, also freuen wir wirklich, dass es wirklich noch so Unternehmer gibt wie du in diesem Eventbusiness, das absolut funktioniert, auch wenn ich in digitaler Richtung gegangen bin in den letzten zehn Jahren, also tausend Dank, Robert, dafür, für das Interview und dann wünsche ich dir noch erstmal einen schönen Tag. Vielen Dank, Robert, dass du nochmal für die Einladung hat Spaß gemacht, mal wieder zu plaudern, das nächste Mal treffen wir uns wieder live auf dem Espresso, am besten in Seligenstadt auf dem Markt, Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.